Jetzt weiß ich, wer das wieder ist. Die sich aufgelehnt haben, genau mit den Hornigen. Und genau die waren es. Okay. Haben sie verdient dann. Wer bist denn du? Und Größe sind... Also, ich bin nun sechs Wochen unter euch. In dieser Zeit habe ich mir eure Ziele zu eigen gemacht. Und zwar mit solcher Hingabe. Dass es euch erschrecken mag, eure Leidenschaften in so starkem Licht in mir gespiegelt zu sehen. Doch, wenn ihr eben einen Käpt'n in mir seht. Verflucht. Dann bin ich euer Käpt'n. Ja! Ich tauchte meine Hände ins schmutziges Wasser. Und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Oh, Mann. Eine Wahrlichkeit, Schweißer. Ich suche nach dem Observatorium. Und sag, du seist der Einzige, der es finden kann. Man hat recht. Trotz aller Abneigung gegen deine Ungeduld. Erkenne ich in dir einen Hauch von Genie. Ich bin Bartholomee Roberts. Edward. Es gibt zur Zeit nichts, was ich dir sagen kann. Doch wenn du mir zur Seite stehst, bin zwei Monate westlich der Leeward-Insel. Da hältst du ein paar Antworten, das verspreche ich dir. Okay. Nichts geschafft. Egal. Aber den Horrorbeizern sich ganz schön... Den hab ich jetzt gar nicht wiedererkannt. Ganz schön geändert. Fortsetzen. Okay. Nein. Sequenz 9 schon beendet. Eine neue Hoffnung. Okay. Das geht ja schnell. Aber ging jetzt sehr schnell. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Heftig. Okay. Mr. Mr. Riosa. September 17 und 19. Schon komisch. Beim Skurbut ist die Heilung schöner als die Ursache. Aber hol dir was von der Hure und sie geben dir Quecksilber. Da ist es schöner, die Krankheit zu kriegen, als sie zu heilen. Denkst du über etwas nach? Die Menschen leben gerne nach einem Kodex oder Credo nicht. Doch wenn's passiert, folgen sie ihrem Instinkt und nicht den eigenen Regeln. Nur was hat man von einem Credo, wenn es die Menschen nicht zwingt, sich entsprechend zu verhalten? Man fühlt sich vielleicht, als... Gehörte man dazu. Hast du eine Antwort? Ah, dass die Menschen Schafe sind. Dass ein alter Wolf wie ich jeden Tropfen Blut verdient, den er trinkt. Segle zu diesem Ort. Bring nur die, denen du draußen. Okay. Mysterioser. Zwei Maiersteine. Ein Aussichtspunkt. Darf ich das jetzt endlich... ...herstellen? So, ich möchte das jetzt endlich herstellen. Dankeschön. So. Ein Krokodilhäder. Noch, dann kann ich sogar vier. Bist du Ohren am? Fallbeutel. Schwerteilhaut. Bullen neuer Haut. Okay. Hier brauche ich erstmal... Okay. Gut. Kann ich da schon was upgraden wieder? Nein. Okay. Jetzt habe ich drei Schlüsse. Das ist super. Hier ist ein Maierstein direkt. Wahrscheinlich oberhalb. Sogar eine Schatzkarte. Wo ist die denn? Wie komme ich da hoch? Ach, hier. Wo bin ich hier eigentlich? Mysterioser. Wo ist das? Ach, hier. Okay, hier ist direkt ein Vor. Und da muss ich dann hin, oder was? Und das ist, ob es da... Black Bart's Schachzug. Okay. Hier werde ich erstmal... Ähm, das hier machen. Ich glaube... War ich jetzt noch... Werden mit euch das hier noch erkunden. Oder werde ich... Cut machen. Wo macht der? Ich muss irgendwie auch die Schatzkarte sein. Aber wo? Wo liegt der Arme, ja? Hier wahrscheinlich. Klar. War doch noch so klar. Schatzkarte. Okay. Da müsste ich auch mal langsam nachsuchen gehen. Und hopp. Spring. Was macht der denn da? Erstmal den Maja Stein holen. So. Okay. Das sieht doch jetzt schon schwierig aus. Ähm. Von mir aus. Klatsch. Ähm. Ist das wirklich unser Schiff, da? Ja, Edward. Da haben wir wieder einen. Gut. Noch ein Schlüsselstein. Jawohl. Jetzt muss ich wieder da hoch. Nein, ey. Scheiße. Mann. Das war ziemlich dämlich gerade von mir. Egal. Ähm. Wo ist denn da einer noch? Da ist er. Okay. Okay. Die Piraten zu retten. Okay. So. Ihr seid frei. So. Runter. Erbeuten. Jawohl. Okay. Aussichtspunkt. Wo war der? Ja. Hier drüben. Okay. Ähm. So. Synchronisieren. Das ist eine schöne Insel. Ähm. Wo werden die Piraten? Wer hätte jetzt bestimmt nicht runterspringen. Wenn ich hier trotzdem wieder hoch müsste. Wenn ich hier was sehen würde. Ähm. Wartet mal eben kurz. Kurze Pause. Bis gleich. So. Weiter. Was willst du? Das ist meine Gefangene in Ruhe. So. Dankeschön. Hinter mir schon mal eine Herausforderung weg. Vielen Dank. So. Erbeuten. Und hier sind noch zwei. Wo sind die? Unten? Ich will nicht nach unten. Ich will nicht nach unten. Achso. Ich dachte schon, hier den Geheimgang gefunden. Habe ich natürlich nicht. Natürlich nicht. So. Dahin. Hallo. Ähm. Da ist noch irgendwo da ein Geheimnis. Mich interessieren aber eigentlich nur die Meiersteine. Mhm. Puh. So weit solltest du doch gar nicht springen. Bist du des Wahnsinns. Und jetzt kommt der da nicht mehr hoch, oder was? Schatz. Na. Ach doch. Gut. Hier noch ein Meierstein. So. So. Boah. Okay. Okay. Heftig, oder? Heftig. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das sagt kompliziert aus, als es ist. So. Und noch ein Stein. Jawohl. Ähm. Ist ja nicht mehr viel. Wo wäre das nächste? Ach, da hinten. Okay. Ich muss überall jetzt nur noch da hinten hin. Erstmal will ich die Truhen ab. Komm. Hoch. Hoch. Du kommst doch hinzu. Oh. Wollte ich dir wohl sagen, ey. Komm. Aber wo sollen die da hinten sein? Wo sollen die da hinten sein? Das verwirrt mich jetzt. Yay. Schön runtergeglitscht. Okay. Hier drin. Hätte ich mir ja auch irgendwie denken können. So. Und. Ey. Hallo. So. Ähm. Jetzt fehlen mir nur noch zwei Sachen. Dann ist das fertig. Beziehungsweise die Insel fertig. Aber wo soll das sein? Da oben, ey. Wie komm ich da dran? Erstmal hole ich mir wahrscheinlich jetzt die Flaschenpost hier. So. So. Ähm. Wer das gerne durchlesen will, kann es gerne durchlesen. So. Gut. Das hätte ich. Jetzt muss ich nur noch wieder hoch. Kommst du da dran jetzt? So. Jawohl. Geil. Wir gehen schnell zu unserem Schiff. Schiff. Stück. Genau. Schiff zurückgehen. Ach. Ja. Genau. Sperrgebiet. So. Komm hoch. Hoch. So. Aber hier werde ich erstmal einen kleinen Cut machen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir... Ist der Euse? Haben wir. Wenn wir dann das Feuer einnehmen wollen. Und dann wahrscheinlich dann hier hingehen. Ja. So habe ich es eigentlich vor. Und so wird es wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ja. Ich mag mir hier mehr da schon mal. So. Ja. Also ich würde mal sagen, bis dahin. Hau da rein und tschauzen. Ich bin jetzt doch in dengeren Ausland. Und dann. Genau.